Hingabe, harte Arbeit und unablässiger Einsatz für das, was wir erreichen wollen. Das ist unsere Mission. Wir sind ein Unternehmen, das für Qualität, Nachhaltigkeit und Lebensfreude steht. Ein Unternehmen für den Menschen. Wir sind das Unternehmen, das dich vitaminglücklich macht. Gesundheit ist unsere Leidenschaft. Unser Anspruch bei Vitaminglück ist es, die perfekten Nahrungsergänzungsmittel herzustellen. Wir beschäftigen uns hier in Konstanz seit mehr als 15 Jahren mit den wahren Ursachen chronischer Krankheiten und den Möglichkeiten, gesunde Menschen auf ein noch höheres Energielevel anzuheben. Unsere Ziele sind echte Heilung, nachhaltige Gesundheit und maximale Performance. Ohne die perfekte Ausrüstung gelingt auch mit dem umfangreichsten Training nicht der perfekte Schlag. Wenn Taktik und Planung nicht stimmen, führt auch die perfekte Stellung der Segel nicht zum Ziel. Genau aus dieser Überzeugung ist die Marke Vitaminglück entstanden. Unsere Vorstellung von einem perfekten Nahrungsergänzungsmittel ist zum einen die richtige Kombination der Zutaten, die richtige Dosierung, der Verzicht auf Begleit- und Zusatzstoffe und ganz wichtig, es werden nur die besten Rohstoffe ausgewählt. Wir produzieren nur Produkte, wenn wir uns ganz sicher sind, dass sie besser sind, als das, was es bisher auf dem Markt zu finden gibt. Perfektion oder nichts, das ist mein Anspruch und dafür stehe ich als Geschäftsführerin dieses Unternehmens. Werde auch du Vitaminglücklich! Werde auch du Vitaminglücklich!